Hallo meine Freunde der Sonne! Da sind wir wieder und weiter geht's mit euren WEAXION Vorschlägen. Heute reagieren wir auf Dragon Ball. Ehm German Fan-Tube. Und ja guckma. Gucken wir mal rein, würd ich sagen. Pffft 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 pffft. Pffft pffft pffft. Jetzt mach ich mal früher auf Toilette. Endlich habe ich den letzten Dragon Ball. Mit diesen Dragon Balls werde ich das Ich muss ja immer sagen, ich fand bei Dragon Ball eine Sache immer ganz cool, die hatten immer übelst gestylte Frisuren, also so sehe ich immer aus, wenn ich früh aufstehe, nur der Unterschied ist, bei mir sieht es total scheiße aus. Es gibt einfach so, gerade so Männer, die stehen früh auf, da sind die Haare total zersaust und total kaputt und sonst was, aber bei denen sieht das gut aus und bei mir sieht es aus, als ich 50 Tage durchgefeiert hätte, ohne einmal geschlafen zu haben, also ja, wie immer eigentlich. Du hast die guten Leute und steilst die Dragon Balls, ich werde dich im Namen der Gerechtigkeit bestrafen. Wer seid ihr, Typ? Ich bin Vegetarier, Prinz der Sailor-Krieger. Der Name dieses Mannes lautet Kakaopulver. Mein Name ist aber... Halt die Fresse, wer sich in den Ding stellt, wird von mir beseitigt. Ich lebe noch, du böser Pizzabote. Zur Hölle mit dir. Er ist viel zu stark, ich kann ihn nicht besiegen. Meister. Bist du eine Gurkenfee? Wieso? Bist du eine Gurkenfee? Gleich mal essen, ne? Eine Gurkenfee mit, ähm, sieht ein bisschen aus wie Salamistücke, ne? Gleich mal abweichen. Bist du eine einzige Chance? Du hast recht, Piccolino! Mach der Mond, Nebel! Mach auf! Ja, ich kann das leider noch nie, ne? Kamehameha? Und? Wie sehen meine Haare jetzt aus? Besser, ne? Ich weiß. Also, ich kann das schon. Nur, ähm, bei mir geht's ein bisschen... Ist ein kleiner anderer Trick. Den solltet ihr bitte nicht nachmachen. Aber ich fasse immer in die Steckdose. Wenn ich sehe, okay, scheiße. Hab zwar keine Uhr um, aber sehe so, hm, scheiße, ich muss gleich auf Arbeit sein. Ja, packe ich schnell in die Steckdose und mach ich los, ne? Nimm das, du böser Bösewicht! Wir werden uns wiedersehen, Kakaakao! Alter, ist so bescheuert. Hallo Gangbangball-Freunde. Finger weg von den Drogen. Sie sind ungesund für eure erotischen Körper. Also, ich schau ja. Oh, ne. Mein Name ist Grippeta. Ich habe Grippe. Und dieser Typ neben mir hat mich gezwungen, mitzumachen. Das ist eine Lüge. Nein! Oh, oh, nein. Mit diesen Dragon Balls werde ich das gesamte Universum. Meister, du musst dich verwandeln. Es ist deine einzige Chance. Wie geil, ey. Oh, ne, hat mir gefallen. Hat Spaß gemacht, das anzugucken. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Guckt unbedingt das Original an, wenn ihr es noch nicht kennt. Und vor allen Dingen, wenn ihr meine Hackfresse nicht unten sehen wollt. Ist eh besser für euch. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Wenn ihr mal Vorschläge habt, schickt sie mir doch gerne über Instagram, über Twitter oder über YouTube. Und ja, bis dahin haut rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.